hola in ernst Sollte man uns wieder hinlegen? Ja, unterwegs. Sollte man uns wieder hinlegen? Soll, gehst du raus? Weiß ich nicht. Was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Hä? Ich lebe mich hin und werde rausgeworfen. Ist ja nett. Das ist ja ein Blödsinn. Du hast dich einfach selber verlassen. Ganz einfach. Das ist nett. Der Server schmeißt dich nicht raus. Hast du schon selber schuld? Der sagt mir, ich habe geflogen. Wo kommen wir denn da hin? Oh, gottchen. Du bist vollgelegt. Gut. Ah. 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 so vielleicht gelettung cool 1 2 3 1 2 3 zack zack so, ein bisschen zu hoch die Frage ist natürlich kommt es weg doch das ist sehr schön aber doch die mauer bis dahin hoch so ist es so ich ja doch die hier weg machen so war das so 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 on so 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 so